Das guckst du dir nicht im Schnitt an. Falls du noch günstige FIFA Points, Coins, PSN Cards oder Xbox Cards brauchst, schaut bei meinem Sponsor IGFORT vorbei und mit dem Code SMACK, sie bekommt ihr einen richtig fetten Rabatt. Link dazu in der Videobeschreibung. Ich hoffe ich kriege es hin, sonst guckt unten in die Videobeschreibung oder in den Kommentaren nach. Da habe ich den das letzte Mal vergessen und reingeschrieben. Einfach den Daumen nach oben geben, abonnieren und am besten reinschreiben, wer das meiste Packler Karten wird. Alle die da waren sind unten verlinkt und damit können wir, denke ich, mal starten. Also mit dem was wir jetzt ziehen, braucht ihr nichts mehr schreiben, weil jetzt wird Bibels eskaliert. Ich habe Bock. Das sagen sehr sehr viele, Michi hat es auch gesagt und dann war es eine Katastrophe. Zur Zeit für Fabi mit einem 84er und das ist natürlich nicht unsere Welt, das wollen wir nicht ziehen. Willst du anfangen oder soll ich anfangen? Ich fange an, aber Attacke Junge. Er ist heiß. Goldset. Die 150 Points. Oh Müller. Die Augen wird raus. Oh Müller. Das wird doch safe ein Non-Rare Pack. Müller wird gemunkelt. Wenigstens ein seltener. Herzlichen Glückwunsch dazu. Wird aber leider nicht über 83 oder 84, sondern 81. King. Du bist enttäuscht von dir. Ich bin schon von der Leiste, da muss mehr gehen. Da kann er sich definitiv schämen gehen. Definitiv. Das sollte klar sein. Du musst es mir mal an die eigene Nase fassen. Du hast doch nicht mal eine Rudolf Nase zur Weihnachtszeit, wenn du schon Rudolf Bullover gefühlt an hast. Erstes Pack von mir. Ich mache es mit meiner Nase. Komm. Ich will ein gutes Packlad mal sehen. Gib zu uns. Ja. Unser Packlack ist bis jetzt besch... Oh. Der andere wäre... Borker wäre 83er. Kleines in Ordnung. Kleines in Ordnung. Kleines in Ordnung. Da brauchen wir uns nicht beschweren. Unser Packlack ist jetzt mittlerweile nicht so überrat gewesen. Gestern war es eine absolute Katastrophe. Unfassbar, was wir da gezogen haben. Denn das war einfach nur absolut... Unfassbar. Was war da denn los? Ja. Es war immerhin ein kleiner Truss. Ein kleiner Truss. Du darfst. Ja. Drittes Pack insgesamt. Acht Stück haben wir noch vor uns. Komm schon. Komm schon. Ein, zwei Schlitze wollen wir schon sehen. Ich bin gespannt. Und da kommt der erste. Da kommt der Schlitz. Da kommt der Schlitz. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Spanien. Rf. Aber du ziehst gleich. Wie Ekel, Pietro. Er zieht gleich. Aber immerhin, ja. Jetzt stehe ich vorne, weil... Ich vorne stehe. Weil er vorne steht. Weil er zwei Meter groß ist und deswegen habe ich dagegen nichts machen kann. Ja. 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 Ich mach immer so. Ich nehme mit L2 alles mit. Passt. Und der Rest wird abgestoßen. Richtig. 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 Wenn du das ein guter Spieler dann sollte man den am besten nicht abstoßen. Ja. Ich bin ein geübter FIFA YouTuber. Gibt doch bestimmt. Und Leute die mich kennen. Ja. Hat auch sehr sehr oft probiert FIFA YouTube zu machen. Ist bloß dann immer gescheitert an der Zeit. Und an der Faulnis. Ja. Faulnis. Ja. Da sieht man wieder was du für Qualitäten hast. Ja. Deswegen lade ich mir ja dich ein. Weißt du. Dass ich hier wenigstens mal... Uh. Wenigstens lieg auch. Dass man wenigstens ein bisschen Päckler kam. Ja. Kasri ist natürlich eine absolute Katastrophe. Aber gut. Äh. Akinio. Hm. Naja. Wie sieht der denn aus? Äh. Als Maul. Aber okay. Wir machen weiter. Wimmer ist noch mit am Start. Den brauchen wir aber nicht. Ich denke der ist nicht wirklich was wert. Wir kommen zur Hälfte. Na. Wenn wir das Ding ziehen. Fünftes Pack. Zweiter Schnitz. Tobi. Da muss was gehen. Da muss jetzt was gehen. Wer übrigens Interesse hat von euch. Kleiner FIFA YouTuber ist. Natürlich. Sein Link. Twitter. Und YouTube unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr uns sehr sehr gerne anschreiben. Vielleicht habt ihr ja mal Zeit. Vielleicht hab ich mal Zeit. Sehr nett. Banner zu machen. Oder sonstiges. Da könnt ihr euch auf jeden Fall ein paar Innovationen holen. Und das Pack war auch nicht das Maß aller Dinge. Da hilft nur ein Maß Bier. Oh leck. Hashtag belasten Jungs. Erzähl mir nix vom Bier Junge. Ich raste aus. Wir hatten auf jeden Fall ein sehr sehr gutes Wochenende. An jedem der da war vielen vielen Dank nochmal. Wir hatten sehr sehr viel Spaß. Es war sehr sehr gut. Und sechstes Pack. Und wir wollen natürlich Party Stimmung jetzt verbreiten. Party Stimmung verbreiten indem wir hier einfach mal Cristiano Ronaldo in der Icon ziehen. Super. Mangani. Kann man stolz sein auf die Leistung. Kann man auch erst mal stehen lassen. Kriegt ihr noch nicht weg. Junge. Lass doch stehen. Eigentlich ist es eigentlich ein Morgau. Und er kommt erst nach 10 Sekunden. Kommt er dann eigentlich erst reingelaufen. Ja. So schön ist die Karte. Scheiße. Ja gut. Henrichs haben wir noch. Von Leverkusen. Kabul haben wir noch. Aber sonst sieht das alles nicht gut aus bis auf Petro. Aber gut. Was erwartet man? 750 oder 150 Points Packs sind eine Katastrophe. Ja. Bis jetzt zumindest gewesen. Mal schauen. Kommt. Keine Special Packs da. Vier Packs haben wir noch. Kommt schon. Drittes Nonware Pack in Folge. Macht einfach gut. Aber wir ziehen wenigstens League-Ausspieler. Die gehen vielleicht noch für ein bisschen was weg. Cavani, SPC. Für die die noch nicht gemacht haben. Ne. Sagen wir es so rum. Für die diejenigen die ihn schon gemacht haben. Schreibt unbedingt mal in die Kommentare wie er überhaupt ist. Ja. Ich weiß es nicht. Deswegen. Vielleicht mache ich und vielleicht auch nicht. Schreibt mal eure Meinung rein. Im Übrigen. Ihr seht es schon. Wir haben 826.000 Münzen. Das liegt daran. Ich habe euch den Trading-Tipp gegeben. In den Scream-Karten. Davon habe ich mir unfassbar viel gekauft. Storage 37.000 bis 41.000. Ist auf 53.000 hoch. Leichter geht es nicht Jungs. Einfach nachmachen. Geduld atmen. Und damit kommen wir zum drittletzten Pack. Ach komm schon. Ah. Zwei seltene. Zwei seltene Jungs. Das ist klasse. Siri. Ach ne. Der Viviano ist das oder? Ja. 82er Viviano. Auch er. Nichts weiter wert. Und den Rest haben wir alles schon. Klasse. Dann speichern wir die. Einfach mal auf der Transferlist. Vielleicht gehen sie einfach weg und du darfst zu deinem letzten Pack kommen. Tobi. Zu deinem letzten Pack. Vielleicht machen wir danach noch 2-3 Packs auf. Vielleicht haben wir dahingehend Glück. Mal schauen. Also wenn Christiano drauf ne. Ja. Der sollte eigentlich immer. Ich stell doch nichts gegen den anderen Ronaldo. Ja. Aber setzt mal die Ansprüche bitte nicht zu hoch ne. Da kommt er doch. Schade. Oh Mann ey. Wir starten rein. Letztes Pack. Ihr kennt es bei meinem Prinzip. Pack auf und links immer mit der Nase. Und das hat uns eigentlich ab und zu auch gutes Glück gebracht. Jetzt fehlts. Jetzt fehlts. Und wir machen jetzt trotzdem noch 2-3 Packs auf. Denn wir hatten mit den anderen natürlich noch ein paar Special Packs. Deswegen wollen wir jetzt hier noch ein paar Packs sehen. Ah. Ja. Ich mach einfach mal so. Vielleicht kommt er jetzt Marcel oder Rhesus. Äh. Jesus. Ja. Oh. Kameni. Eigentlich dasselbe. Eigentlich dasselbe. Ist genau so viel wert. Ich denke jeder noch ein paar Packs aufmachen. Und dann hoffe ich, dass ihr ein schönes Weihnachtswochenende hattet. Ja. Erster Advent ist ja vorbei. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare. Zum Beispiel. Was wünscht ihr euch zu Weihnachten? Weil. Ach. Schade hätte ja klappen können. Alter. Es gibt ja verschiedene Leute. Die wünschen sich PSN Karten oder Xbox Karten. Oder der wünscht sich Fußballschuhe. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Des Weiteren. Wenn ihr Bock habt. Auf PSN Karten oder sonstiges. Könnt ihr sehr sehr gerne unten in der Videobeschreibung gucken. Und nicht zu vergessen. Ich mach dafür eigentlich nie Werbung. Aber. Ich glaube ich hab's super an. Hab ich's an? Ich hab übrigens auch noch Merch. Also wer vielleicht sich das zu Weihnachten wünschen will. Ja. Ich weiß. Viele finden sich gut. Aber wer Bock hat. Hashtag Sinnlos. Finde ich persönlich ziemlich geil. Genauso das Ding. Kann man einfach zu Hause anziehen. Könnt ihr sehr sehr gerne nachgucken. Und sehr sehr gerne auch kaufen. Wenn ihr Bock habt. Ja. Und damit ziehen wir das letzte Pack. Und verabschieden uns dann. Ja. Ich mach's mal lieber zu. Sonst wär ich noch ausgelacht. Oder sonstiges. Ja. Die ganzen Hater. Und damit ziehen wir noch den Schalter. Ach nein Meier. Oh Mann. Hätte er klappen können. Ah naja. So ein Schalker noch im letzten Pack fängt natürlich. Endet natürlich sehr sehr gut. Das ganze. Und. Ah schade. Wir haben ihn doppelt. Ja. Ja. Da muss ich ihm leider abstoßen. Das tut mir leid. Und ja. Damit hoffe ich natürlich euch hat das Video gefallen. Gebt gerne einen Daumen nach oben. Heute Abend gibt's Fatal Thumbnail. Kommt natürlich von dem hier. Ja. Ja. Pato sitzt aber leider nicht mehr dort. Und ja. Vielen vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe euch hat's gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut unbedingt bei Tobi vorbei. Wenn ihr kleinere YouTuber seid. Thumbnail ist. Oder Designsbrauch. Gerne. Macht das sehr sehr gerne für euch. Gegen ein kleines Entgelt. Weißt das natürlich nicht kostenlos. Man muss ja auch irgendwie Essen kaufen. Oder sonstiges Sachen kaufen. Ja. Muss ja irgendwie auch mal zum Chris fahren hier. Richtig. Und deswegen. Ich bin raus. Tobi du hast das letzte Mal. Ja. Schönen Teil hier vom Adventskalender zu sein. Leider nicht den Workout gezogen wie wir wollten. Aber. Ich denke das wird noch was. Das geht ja noch ein bisschen. Rüber haben wir noch ein bisschen Zeit. Genau. Es sind ja noch 20 Tage. Genau. Vielleicht ziehen wir ja einen Bock auf. Maxi. Vielleicht einen. Vielleicht einen. Vielleicht auch eine Ikone. Wir werden sehen. Deswegen vielen vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sind raus. Haut rein. Tobi, Chris und. Ciao. 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 Ciao.